Hi, vom Lines im Club im Dubinem Mischung. Schein und reichlich Gras wie an ruhigen Lichtung. 32 Bars fließend, nur diese Dichtung ist eigentlich einfach wie Studienrichtung. Date und Konsole werden grad flott hier ausgemacht. Was ich rede, ist grad zwar von oben herab, doch wie ein Haus bedacht. Schon wieder bang ich sie wach auf Ampf, Sonne gedauert und ich komme in die Gänge wie nach dem Ankommen zu Haus. Du siehst uns strahlen mit steigender Tendenz, sich gleich mal zu verbrennen und bist dann einfach nur versenkt wie ein Dreierwurf vom Champ. Bleiben nach dem Lines dazu gebankt, wurden am Schein wie Spuren und Evidenz von Drug Use für dich abstrus wie Renitent. Kommt dazu, wie grad du nach Ankunft in deiner Natur uns gänzlich fremd. Deine Anschuldigung nicht mehr arrogant, sind wie Krawatten bei Fights, weil ich sie abtue, denn dich kenn ich schon längst. Das muss man abtragen. Sediment. Ich bin high und an der Schicht, denn ich initier mir das Coca gerne, während ich indiziere wie Oberärztekleiner. Deine Ansichten implizieren dann schon mal schwerste Schäden, der Iris und oder der Fokalnerven. Zudem initiieren diese dann Lokalschmerzen, deswegen insistierst du kannst sogar scherzen, neben ihm mit intimidierenden Läsionen nach ferner, flinken Knien oder Fersen in den Schäden zu kassieren, den Gin zu spielen, ohne Controller zu passen, es kommen Hosts zum twerken. Dealer imitieren das total stärkste Dope mit Aminophenol und Acetaminophen. Ich nehm den Phenylaceton, später, und aminieren straight, yay, shabu, ja. Die Süße macht sich, weil, die Süße macht sich frei. Ich musste zum Testzentrum, ich glaub heute mach ich mal frei. Und schreib Texte danach zum 3, und hab dann wegen Nerzen entfeiert. Du machst wie GSG-9-Kämpfer, denn danach wird mehr als nur einer abgeseilt. Hi von Lines im Club, im Dubi ne Mischung. Schein und reichlich Gras, wie an ruhigen Lichtung. 32 Bars fließend, nur diese Dichtung ist eigentlich einfach, wie ne Studienrichtung. Date und Konsole werden grad flott hier ausgemacht, was ich rede, ist zwar von oben herab, doch wie ein Haus bedacht, schon wieder bäng ich sie wach, vom Amp, Sonne geht auf, und ich komm in die Gänge, wie nach dem Ankommen zu Haus. Du siehst uns strahlen, mit steigender Tendenz, dich gleich mal zu verbrennen, und bist dann einfach nur versenkt, wie ein Dreierwurf vom Champ. Bleiben nach dem Lines dazu gebängt wurden, am Schein wie Spuren und Evidenz von Drug Use, für dich abstrus, wie renitent, kommt dazu, wie grad du nach Ankunft, in deiner Natur uns gänzlich fremd, deine Anschuldigungen nicht verarrogant, sind wie Krawatten bei Fights, weil ich sie abtue, und dich kenn ich schon längst. Hi, und dann der Schicht. Indiziere mir das Coca gerne, während ich indiziere, wie Oberärztekleiner deine Ansichten implizieren schon mal schwerste Schäden der Iris und oder der Fokalnerven zudem, etc., etc. Bitch!